Ja, Luigi fängt schon mal an, den Boden zu saugen, sehr schön. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Luigi's Menzen für den Nintendo Gamecube. Entschuldigt mir meine Stimme, ich bin heute total kaputt und übermüdet. Übermüdet zwar nicht, aber Güte, auf alle Fälle. Und ja, erzähle ich euch doch gleich. Erstmal fangen wir an mit der Buh-Buh-Sücke. Und natürlich schauen wir auch nochmal die Basen an. Ihr seht jetzt, und wenn ich zwar blau als Licht, jetzt wird es gelb. Allerdings, lasst euch nicht täuschen, über wo Brot blickt, befindet sich ein Brot. Beispiel hier. Und man muss sich sehr schnell einsaugen. Weil sonst verschwindet er und man muss sich erneuern. Ja, das wäre sehr ehrlich, wenn das passiert. So, ich bin heute deswegen müde, weil ich mit einer anderen Gruppe gekommen bin. Ich muss mich erstmal krank gewinnen in der Arbeit. Und deswegen stehe ich heute auf dem Schlauch, das ist extrem. Also bitte verzeiht mir, wenn ich leider durcheinander brenne. Gut. Ähm. Wenn ich nicht immer gleich was... ...nicht weiß, was ich sagen kann, tut mir auf alle Fälle leid. Oh, ja. Und auch das hier gibt's. Einen Geisterball. Und jetzt gibt es noch eine Geisterbombe. Und... ...normal. Genau. Oh, seid schnell. Wovon das sollte nicht passieren. Aber der wäre gleich ab. Ja, noch mal Glück. Oh ja, noch jeder Buch speistig. Haben und speiern. Mach ich auch. Ich hoffe nicht, dass... ...dass sich das Programm... ...man, stimmt, meh, bleibt da. Als heute... Ne. So, hier ist der Puh. Ähm. Weiß ich will nicht was ich sagen soll. Ich bin so durcheinander jetzt. Ähm. Genau so wie die Speichern. Oh, Kohle. Genau deswegen schaue ich immer und immer wieder nach. Hui. Und da ist nicht auch ein paar Sello-Kettenkurs. Stellt euch vor. Ihr öffnet in euer Schrank. Wo ist Platz, Milliarden. Geldscheine und Münze raus. Das wäre echt mega. Aber leider... ...passt das in echt? Wie? Schön wär's, ne? Oh, ne, nicht schwierig. Giftpilze. Da hatten wir in den letzten Putsch. Werde pisse ich. Sehr schön. Giftpilze. Da hatten wir in den letzten Putsch so viele. ...die uns verfolgen. Mario. Aber das ist nichts. Ja, alles nachschauen. Schade nie. Auch hier. Das immer und immer wieder. Ich weiß es ist... ...es ist... ...zwar nervig. Aber... ...wir wollen auch im A-Rang. ...als den besten Raum, den es gibt. Deswegen... Ui, dann hier jetzt. Gut, jawoll. ...närem... ...und... ...apropo... ... charges... ...wir denn...? ...oder... ...ich glaub... ...in bestimmten Raum... ...sinen... ...buch... ...sache... ...extrem hoch... ...der höchste... ...buch ist... ...glaube ich... ... ...schreib's mir die Kommentare! nih ich bin grad sicher... Ich glaube 250 ist der höchste Glaube ich Ja, da ist der Bummel Hier ist er drin, jawoll Jo, immer schön drehen, also drehen und umgehen Weil, also nicht das C-Stick, weil das auch alles drin ist Um zu stehen ist er dann eingesaugt Wir könnten schon jetzt das nächste Raum einfach weitermachen, aber nee Ich mache auf 100% Aber jetzt ist ihr Badzimmer und das Toilette ist geschlossen, also Scheißhaus Ich weiß nicht, das Scheißhaus sagen darf Hat die Kommis Wobei nicht, doch nicht Hier bleiben Oh, der wäre beinahe weg, beinahe Am Gang könnte man ihn auch einsaugen, aber Gefährlich, wenn er auch abhaut Gefährlich Oh, naja Der ist überall, man findet ihn Und, Entschuldigung, ich habe es auch gerade erwähnt Hier gibt es immer Immer, egal wann, wo ein großes Herz ist Das bleibt gespawnt Und es spawnt sich immer wieder hier Gar nicht mal zu schlecht Da haben sich die Entwickler mal was gedacht Sehr schön So, jetzt geht es mal hier weiter Oh, die Zeit vergeht Oh krass Dann machen wir mal hier weiter Überall wo wir waren Oh, Münzen Stellt euch mal vor Ihr macht, äh, dreht eine neue Kühne ein Und auf einmal kommen Münzen und Scheine Wow, über dem Schrank Hallo Saugen Nege, guck das Scheiss drauf Ähm Was Der Spodoss hier Ja genau, sieg dir Pro Raum Bitte immer höher Und ja Mal schauen, ob wir alle bekommen Was man bekommt Was man bekommt Ihr wisst es Ihr könnt es gerne ruhig in die Kommentare schreiben Wie gut aufgepasst hat Wer es noch weiß Ich weiß es natürlich Hm Und daher Ihr könnt ruhig alles schreiben Auch das mit der Blubel Was natürlich was immer Regelmäßig nach dem Post Die Blubel Die Blubel ist Die Blubel zeigt euch vielleicht im nächsten Part Ob man es in diesem Part schafft Weiß ich nicht Ich glaube nicht Aber im nächsten Part Auf aller Fälle So So nochmal Ne So Hier ist in Stille Und auch mit der Kamera Kann man sie Gleiche Seite sehen Ja fast dieselbe Mhm Aber Wohin Die Maus Die Maus Die Maus Aus Aber gut Gut Ach man Sorry Ich weiß es leider immer noch nicht Ich bin zur Zeit Vor allem nachzusehen Nö Keine Maus Keine Maus Schade Es ist im Badezimmer Im Buch Ekel Ah nee Entschuldigung Da konnte ich jetzt noch nichts rein Tut mir leid Nö 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 Ja sie Es war die Entschuldigung dass du auch ein Will ich auch vertrauen Ganz selten So Hier gibt es Gibt es Witze Hehehe Was sind wir auf Klobpapier? Erstmal Toad Nö Nö Ins Klo gefallen Hm Sagt ich nicht, ha du Wie sagt Heute Nö 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 Man hört es auch auf meine Stimme Und im Klo Im Scheißhaus Ist der Schlüssel Wie Widerlich Ist das denn Wirklich Widerlich Ihhh Aber Von wegen widerlich Wir gucken auch rein Junge Junge Diese Buches Verstehen Ist wirklich eine Vollstände Echte Spukfülle Auf die Beine zu stehen Ähm Ja Was hat das Wieder Klobpapier Ja Das war es Echt Füllig Das war Was ist bewegt sich nicht mal Ehh Verflackt Seht ihr Seht ihr Seht ihr Im Spiegel Schwarz Back Ich hoffe nicht dass es zu oft passiert Hoffentlich nicht Also Sitzere ich mal wieder runter durch Ich tauchte Ich tauchte Ich tauchte Das Braucht mich zum Pflicht Und 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 mir leid vorziert Das Das Braucht mich zum Pflicht Und Und mir leid vorziert das 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 ist der goldene maus Habe ich euch schon mal gezeigt Weil Anfangs Jetzt Die Erste Express Der erste Park Sag ich immer so Da war eine goldene maus gesehen Und Die suche ich sehr häufig Ich könnte auch Die Kommentare schreiben Wo alle Gibt Ich weiß es gibt ein Video davon Aber Böden wir zu Faul Und Werden wir zu sein So Geist Kann man nur im Spiegel sehen Nur Im Spiegel Oder Manche Räumen Auch So Schachtel So Boah So kaputt Aber Es ist richtig kaputt Oah Mist So Wenn wir jetzt Nein Darf ich Stehen Gefeuern He Ne Nur Scherz Wir nehmen Erst den Feuer Oh Das ist Heiß Das ist richtig Heiß Die Medaille Warum brennt nicht seine Hose Man muss jetzt brennen anfangen Oh Aber Luigi sieht böse aus Aber Luigi sieht böse aus Und Nichts auf dem Bild Die Mütze brennt Aber Luigi brennt nicht komisch Oh Amulet Mit dem kann man Vorken anziehen Türen Türen Die Unecht sind Manche Effekte gegen Geister Oh War doch nicht noch was Oh man Nachts und jetzt Pläge ich erstmal Und schlafen Auge Zum Oh 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 Tschuldigung Keine Sorge Ich bin ein Ich bin ein Nicht Raure Ich rauche auf gar keinen Fall Egal wie es sagt Möchte es eine Zigarette Nein, ich hasse Zigaretten pur. Ah, für Teufel, wie kann man das überbrauchen? Das ist so widerlich. Selbst die Gestank, die Gestank für Zigaretten mag ich schon mal überhaupt nicht. In meinem Zimmer ist es verboten zu rauchen. Weil ich mir die Gestank überhaupt nicht habe. Tschüss. So. Jawohl. Ja, ha, ha, ha. Genau hier, Sir. Wurzeln Pizzi. Jawohl. Sehr schön. So. Eigentlich könnte man... Könnte man... ... ... ... ... schön langsam fokkeln. Leider habe ich die... ... 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